Dann suchen Sie ihn! Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sei, soll ich nicht. Ich gerichte doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Um sich zu autorisieren, der Hauptgedächt wäre gekriegt! Ja, vielleicht schon dann! Sonst haben wir Ihnen eine Schafra spiel. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Dann suchen Sie ihn!